Guten Abend meine Damen und Herren. In Dänemark ist nach Angaben des Geheimdienstes vermutlich ein unmittelbar bevorstehender Anschlag vereitelt worden. Ziel soll die Zeitung Jülans Posten in Kopenhagen gewesen sein. Das Blatt hatte 2005 die umstrittenen Mohammed-Karikaturen veröffentlicht. Fünf Tatverdächtige wurden heute festgenommen, vier in Dänemark, einer in Schweden. Sie sollen zu einer islamistischen Gruppe gehören, mit Kontakten zu internationalen terroristischen Netzen. Die dänischen Abendnachrichten. Auch sie vermelden, dass ein Terroranschlag auf die Zeitung Jülans Posten vermutlich unmittelbar bevorstand. Die Polizei nahm in den frühen Morgenstunden vier Männer in zwei Vororten von Kopenhagen fest. Gefunden haben die Beamten eine Maschinenpistole, Munition sowie Kabelbinder, die zum Fesseln von Händen benutzt werden können. Die Festnahmen waren möglich, weil die schwedische und die dänische Polizei die Gruppe schon längere Zeit beobachtet hatte. Wir gehen davon aus, dass wir einen ernstzunehmenden Anschlag verhindern konnten, so der Chef des dänischen Geheimdienstes. Nach unserer Überzeugung wollten die Attentäter in das Gebäude eindringen und dort so viele Menschen wie möglich töten. Es ist nicht der erste Anschlag, der auf die Zeitung Jülans Posten verübt werden sollte. Im letzten Jahr hatte es ein Attentäter versucht. Die Bombe explodierte zu früh, nur der Mann wurde verletzt. Die Zeitung ist durch die sogenannten Mohammed-Karikaturen ins Visier radikaler Islamisten geraten. 2005 hatte der Verlag sie veröffentlicht. Von vielen Muslimen werden die Karikaturen als Blasphemie angesehen. Bei einer Protestwelle in der islamischen Welt kamen mindestens 150 Menschen ums Leben.